So, zurück auf der Straße und jetzt geht es erstmal wieder zwei Kilometer zurück nach Hohenstein und von dort aus in die dritte Etappe vom Malerweg. Hier in Hohenstein fährt auch der Wanderbus. Von da bin ich gestern gekommen und dann war ich dort im Bärengarten und da geht es heute weiter. Ja. Und hier geht es zur Gautschgrotte. Ja. 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 So, hier kommt die nächste Ortschaft. Da war der Burgkäfer aktiv. Da war der Burgkäfer. Da war der Burgkäfer. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 Ja, hier geht es nochmal aufwärts Richtung Altendorf. So, hier von Altendorf geht es jetzt noch ein Stück weiter zum nächsten Campingplatz. Und zwar ist das die Ostrauermühle. Da ist gesperrt. Jetzt muss ich wieder ein Stück zurück. Und zwar ist das die Ostrauermühle. 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 Vielen Dank.